Mein Gott, war das schön damals! Flower Power, Make Love Not War, Woodstock, Peace. Die vielen Blumen und bunten Kleider. Das war meine Original-Hose von damals. Habe ich immer noch. Wir wollten echt Frieden in die Welt tragen, aber das haben wir alle gründlich verkackt. Sie brennt. Leute, wir sind auf einem Highway to Hell. Diese NATO ist mutiert zu einem Wehrwolf, einem Alien, einem Monster. Die NATO ist eine Aggressionsmaschine geworden. Auch wenn alle Talkshows auf Atlantik Kuschelkurs gehen und Beschwichtigungsfernsehen machen. Beschwichtigung legt das Gehirn lahm. Seid ihr schon lahm? Ja? Aber die Japaner sagen, auch wenn der Kopf im Sand steckt, schaut der Hintern raus. Oh ja, oh! North Atlantic Treaty Organization, die NATO, heißt dieses Kartenhaus des Satans. Globale Sicherheitsarchitektur. Das ist euphemistisch. Das heißt, dass was schöner klingt, als es ist. Entschuldigung. Wenn ich vor Ihrem Haus 20 Panzer aufstelle, 30 Atomsprengraketen und ein paar Kalaschnikows, alles auf Sie gerichtet und sage, Sie müssen sich nicht fürchten, das dient Ihrer Sicherheit. Zweifeln Sie ein bisschen an meiner Friedensabsicht, oder? Wenn von der Leyen Waffen segnen lässt, dann zweifle ich an Ihrem Verstand. Stehen die Toten dann wieder auf? Hat uns der liebe Gott dann mehr lieb? Wenn Merkel noch mehr Geld für die Rüstung verlangt, weil dem Ami die Knete ausgeht? Oder weil unser ferngesteuerter Hosenanzug sich von US-Strategen gängeln lässt, die in der Washington Post ganz offen schreiben dürfen, wir brauchen wieder mehr große Kriege. Das stimuliert die US-Wirtschaft, aber nicht bei uns, sondern in Old Europe. Hey, die Burschen da drüben gibt's grad einmal seit 220 Jahren, seit ihrem Unabhängigkeitsdienst. Wisst ihr, wie lang's uns gibt? Also ich meine, bei aller teutonischen Unterwürfigkeit. Aber ich finde, es reicht mit Ami-Befehl, wir folgen dir. Ich finde, wir sollten uns neu erfinden. Ja, ich hab eine Vision. Anders, neu. Ich will ein Europa des Völkerrechts und nicht eins der aggressiven NATO. No, Sir! Unsere Staatslenkerin, die ja nur mit Kampftauchern im Meer Urlaub macht, bestgesichert von unserem Geld, sagt zu uns, Angst ist kein guter Ratgeber. Uh, geht's noch, Frau Merkel? Geht's noch? Haben wir ein bisschen Bezug verloren zum Volk? Dann wohnen Sie doch mal ungesichert am Münchner Olympia-Zentrum. Was ist das alles? Ist das irgendwie, ich weiß nicht, ist das Cowboy-Politik? Aus dem US-Anus? Muss ich da ständig reinkriechen und Hohlfrasen absondern? Ich muss nicht. Nein, gut, wer kriecht, stolpert nicht. Alte Büro-Weisheit. Zum Wohle des deutschen Volkes hieß der Amtseid. Zum Wohle des Deutschen, nicht des Amerikanischen, nicht? Und der deutsche Bürger, auch der mit Migrationshintergrund, will Frieden haben, weil er Krieg satt hat. Und das Wort Sicherheitsarchitektur mit kleinen Atombömbchen, das sagt ihm nix. Die NATO-Völker haben übrigens dieser Mutation nie zugestimmt. Ach was? Nein! Aber mitgefangen, mitgehangen. Ja, nicht Sie, nicht ich, sondern wir. Verstehen Sie, wir als Familienmitglieder in Sippenhaft dieser NATO-Mafia. Ich habe ein Angebot, das du nicht ablehnen kannst. Die Kriegsmaschinerie muss laufen, sie bringt Geld, viel Geld und den Tod. Ja, schade, aber Leute, ihr seid nachwachsender Rohstoff, erneuerbare Energie. Ihr schnachselt euch immer wieder neu in die Botanik. Don't worry. Be happy. Und jetzt stehen wir vor unserem Freund und Nachbarn Russland, hoch aufgerüstet bis an die Zähne, mit diesem NATO-Monster. Hey, das war mal eine Schutzgemeinschaft und kein Rohstoffkreuzzug. Da ist er wieder. Applaus Machen wir es doch so, nehmen wir doch Russland einfach zur EU. Was? Ja, ist doch besser als dieser irre Osmanen-Adolf, oder? Ja, was heißt völkerrechtswidrig? Wer sagt das? Die USA, Russland völkerrechtswidrig? Die Völkerrechtswidrigkeiten der USA kann ich an 20 Händen nicht abzählen. Und da rankt die ganze Sendung nicht dafür. Demokratie, ja, ja. Wir lassen uns grade alle selber im Stich und jagen Pokémon. Demokratie, wisst ihr, was Demokratie ist? Demokratie ist, wenn vier Füchse und ein Hase abstimmen, was es zum Abendessen gibt. Das ist Demokratie. Und wenn Europa in die Luft fliegt, liebe Freunde, dann kreisen diverse Damen und Herren im Air-Shuttle um den Globus oder sitzen in Luxusbunkern oder Luxusvillen in Südamerika und uns fliegen hier die Trümmer um die Nase. Und deshalb herzlichen Dank, dass ich heute hier in dieser Deutlichkeit nach Artikel 5 des Grundgesetzes meine Meinung so frei äußern durfte. Lisa Fitz!